Da ist so, hey, es geht um Schönheit, es geht um Respekt, es geht um Kontakt. Das ist ja was, was mich verbindet. Wenn ich immer nur kreise um dieses, also Ego ist ja eine Gedankenform, wenn ich immer darum kreise, was ich jetzt denke, was ich jetzt finde, was ich jetzt glaube, was du denkst über mich und warum das nicht funktionieren kann zwischen uns beiden, was das zu tun hat mit meiner Geschichte, mit meinem Vater, meiner Mutter, mit meinen Großeltern und überhaupt. Und also das ist um Kreisen, also um Ego-Formen oder Gedankenformen. Und das ist nicht so, na, es bringt mich nirgendwo hin, bringt uns auch nirgendwo hin. Und da ist die GFK eigentlich eine ganz schöne Einladung, um zu sagen, hey, wie fühlst du dich denn? Und guck mal, was so überhaupt Gefühle sind. Man macht dich auf den Weg, das zu entdecken und Bedürfnisse, also die Qualität, die nicht wieder in Kontakt bringen wird. Mit Lebendigkeit, mit Menschsein. Da entsteht ja eine Verbindung, die geht ja über mich, hier Gabi, hinaus. Die geht ja, da ist so, hey, es geht um Schönheit, es geht um Respekt, es geht um Kontakt. Das ist ja was, was mich verbindet. Mit dir und auch mit dem Leben. Auch mit der, aber da entsteht dann plötzlich Beziehung. Also zu allem. Das ist ja was, was ich.